Herzlich willkommen zurück zu Raft. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind ja fertig in der Stadt, also in die Stadt selber müssen wir nicht mehr rein. Allerdings möchte ich noch einmal hier gerne unter Wasser gucken. Ich weiß nicht, ob da was Brauchbares ist, aber gucken kann man ja. Allerdings werden wir uns vorher einmal schlafen legen und... Ja, wir werden auch einmal das Inventar leer machen. Wieso ist das noch voll? Habe ich das nicht gemacht beim letzten Mal, oder? Über Holz einstecken? Nein. Läder haben wir auch nicht. Plastik haben wir ebenfalls nicht. Seile haben wir zwei, gut. Wir haben noch ein biesjenischer Rad, das muss einmal kurz weg. Und ich glaube, wir brauchen auch gleich mal dringend Essen. Ja gut, wir haben noch einen Stein. Ja gut und schön, dass wir mehr Platz haben inzwischen. Aber... Ja... Habe ich einen Haken? Ist der gerade doch da oben, aber der ist ja... Okay, wir bauen uns gleich noch einen neuen Haken. Ähm... Den hauen wir mal hier rin. Ja... Das bringt ja so alles nichts. Das bringt ja so gar nichts. Warte mal. Kiste, Kiste. Können wir uns noch eine Kiste bauen? Müssten wir eigentlich, ne? Ejo. So, den kommen wir dann bisher zurecht. Dann holen wir uns gleich einmal ein bisschen Essen. Übrigens eben mit den Wellen, die hier durchs Fluss gehen. Ich habe mir geschrieben, es gibt eine Mod dafür. So, den behalten wir mal. Dass man... Naja, dass halt immer Flachwasser herrscht. Ist vielleicht unrealistisch, aber... So ganz dezent, muss ich zugeben. Nerven die Wellen schon. Ja, das stimmt. Warte mal. Die zwei Eisen, die hauen wir dann mal in die Schmiede. Dann haben wir die auch weg. Ich finde es nur schade, dass man keine zwei Rucksäcke anlegen kann. Aber Jörg, man kann das alles haben. Sehr schön. Ehrsinn müssen wir ja haben. Bevor wir runtergehen, einen neuen Haken müssen wir noch bauen. Jaja, das werden wir auch einmal kurz machen. Und wir werden uns natürlich selbstverständlich einmal schlafen legen. Man sieht ja so nichts. Ist doch leicht die Zehn dunkel. Ich habe echt keine Ahnung, ob hier unten noch irgendwas ist. Aber vielleicht finden wir ja noch ein bisschen Eisen. Vielleicht noch ein bisschen Titan. Obwohl ich das eher weniger glaube. Umfah können wir noch ein bisschen gebrauchen. Wir haben ja ziemlich viele Lampen gebaut. Aber wir werden auch andere Inseln anfahren. Definitiv. Allein schon, um ein bisschen mit dem Metalldetektor nach Titan-Air zu suchen. Das brauchen wir ja, damit wir hier weiterkommen. Möchte schon gerne das Ding haben, wo ich alle Motoren auf einmal mitsteuern kann. Ach, da ist unser guter Haltender. Finanzei heißt er heute. Finanzei. Ja, das ist doch passend. Das ist doch mehr als passend. Ne, mein Guter. Die gute Finanzei. Und mit dem Anker habt ihr mir auch geschrieben. Der geht nicht kaputt. Das ist also ein Qualitätsanker. Na, bin ich auch gespannt. Ich glaub das noch nicht so ganz. Hier drauf geht ja so ziemlich alles kaputt. So, nun fang mal Fiji, mein Freund. Danke. Das sollte erstmal reichen, damit wir überhaupt schlafen können. Warte mal. Bevor wir jetzt den großen draufhauen, hauen wir erstmal die kleine rauf. Wir haben noch ein Kling. Wir können uns halt brutzeln. Danach hauen wir gleich noch einmal den großen rauf. Gut, das Ding lasse ich mal angelegt. In der Zwischenzeit bauen wir uns einen neuen Haken. Müssen wir doch auch den guten hinkriegen. Ja. Inzwischen mangelt das jetzt nicht mehr so. So, den können wir mal trinken in der Zwischenzeit. Auch mal ein Schlückchen, mein Freund. Füllen wir wieder auf. Sehr schön, sehr schön. Wir können ja auch Wasserleitungen und sowas inzwischen alles bauen. Ich könnte eigentlich mal gucken. Hier, Wasserrohr. Lernen. Das ist ein elektrischer Reiniger. Kann am Wasserrohr angeschlossen werden? Reinigt wahrscheinlich das Wasser, vermute ich mal. Ein großes Lager. Bietet Platz für wirklich viele Gegenstände. Sehr schön. Können wir ebenfalls lernen. Und ein Wassertank. Auch wunderbar. Ah, so langsam. Das meiste haben wir gelernt, ne? Okay. So langsam gummt es hier. Hätt ich gebrutzelt. Jupp. Gut, dann hauen wir rauf. Dann können wir hier nämlich schon mal einen gemütlichen Snack nehmen. Bringt nicht allzu viel. Aber gleich kommt noch mal der Große. Dann können wir uns jetzt mal schnell Schlaf hinlegen. Damit wir runterkommen. Moment. So. Und der müsste jetzt auch fertig sein. Den nehmen wir mit. Wie wäre denn ein Haikopf aussieht? Sonst können wir da innen in Ruhe gucken. Die Frage ist, wo habe ich ihn gelassen? Das ist jetzt eine berechtigte Frage. Da. Sehr schön. So, dann googeln wir mal, ob hier unten irgendwas brauchbares ist. Ich weiß es nicht. Das hier ist der Eingang. Mit dem Eingang. Ja gut, das stimmt. Da habt ihr wohl recht. Kein Mensch baut so klein das Fluss, dass da irgendwas reinpasst. Sieht aber nicht so aus, als wenn hier was ist, ehrlich gesagt. Sehr dunkel hier unten ist. Gar nichts, ne? Ja. Warte mal. Ich hätte vielleicht nicht die Lampe ablegen sollen. Moment, Moment, Moment. Lampe, 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 Lampe. Die ist... Ah, die können wir gar nicht aussetzen wegen der Heimat. Hier ist doch nichts. Es geht hier ja kilometerweit runter. Die ganze Stadt steht nicht auf dem Boden, wie ich dachte. Die schwimmt im Wasser. Okay, das ist aber nicht schlimm. Wir werden so oder so Inseln anfahren. Wie ich schon sagte, allein schon wegen dem Metalldetektor. Und ich will auch den Händler hochkriegen. So, den werde ich jetzt mal ganz kurz googeln. Wo wir den Anker lichten. So, das ist hier die City, wo wir waren. Die nächste Storyinsel ist gar nicht weit weg. Ehrlich gesagt will ich jetzt nicht direkt. Wir haben ja so viel Story gemacht zur nächsten Insel. Welche Richtung geht denn der Wind? Ah, leider kein Fleisch. Toll, der Wind drückt uns direkt auf die Stadt zu, ne? Oder? Ah, der würde uns dagegen drücken. Ah, probieren wir mal. Vielleicht kommen wir weg. Ich möchte eigentlich gerne das Fluss ein bisschen treiben lassen. Damit wir nicht ständig die Motoren laufen lassen müssen. Das Flummi angehört, oder was? Auf jeden Fall könnten wir jetzt ein bisschen treiben, aber ich habe das Gefühl, wir hängen hier an der Stadt fest, ne? Irgendwie, ganz leicht, dezent. Ich glaube, ich werde ein Stück von der Stadt wegfahren müssen, bevor wir treiben können. Okay, den werde ich auch schon mal... Hier, mach mal die Anzeige aus, mein Freund. Das wollte ich sowieso. Ich meine, ob das Riemen hier hinter dem Motor nochmal eine Reihe lang ziehen. Die Motoren arbeiten ja weiter, damit ich auch dahinter langlaufen kann. Allerdings können wir das hier aktuell nicht verstärken. So viel Äusen haben wir nicht mehr. So, Junge, nehmen wir mal den Haikop runter. So kann man doch nicht arbeiten. So. Sehr schön. Hier soll zwar nachher Ende sein, hier soll nachher eine Wand vor. Aber zumindest... Mal laufen die Fall schon. Nö. Zumindest blockieren sie nicht. Das ist ja schon mal was. Ja, die dreiben uns voran. Wir werden aber ein bisschen gegenlenken. Moment, Moment. Damit wir hier auf Weg kommen. Eigentlich will ich nur ein bisschen von der Stadt weg, ein bisschen in die Richtung, mein Freund. Hauen wir mal rum. Genau. Oh, das reicht doch schon. Ein Stückchen geradeaus. Man, so viel Treibstoff haben wir jetzt auch nicht, dass wir damit stundenlang durch die Gegend schippern können. Landet mal, ihr Löwen. Er möwen, nicht Löwen. Wöwen, goodbye, goodbye, City. Hat Spaß gemacht. Wenn die anderen Story-Punkte auch so sind, dann freue ich mich schon tierisch drauf. Wir nur ein bisschen von der Stadt weg, damit der Wind uns nicht gegendrückt. Dürfte aber eigentlich nicht. Der Wind geht ja genau in die Richtung. Ja, wir kommen vorbei, sehr schön. Dann kann ich die Motorin wieder ausmachen. Wie gesagt, ich will sie jetzt nicht die ganze Zeit laufen lassen. Wir treiben jetzt erstmal ein bisschen sinnlos durch die Gegend. Dann können wir nebenbei mich am Fluss weitermachen. Wir werden natürlich auch Inseln anfahren. Na, Finanzei. Schmeckt es? Schmeckt es? Ne, anscheinend schmeckt es ihm sehr gut. Gleiche frische Holz weggeknabbert. So, wir haben zwar, glaube ich, noch ein bisschen in den Tanks. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, dass die Tanks leer sind. Aber wir haben auch nur noch 13 auf Vorrat. So, dann dürfen wir ganz reinpacken. Den kannst du auch mal reinpacken. So, Honig kriegen wir gleich. So, wir müssen denn jetzt... Bewegt sich das Fluss überhaupt noch ohne Motoren? Bei der Größe? Sieht irgendwie gerade nicht danach aus, ne? Bestehend, ne? Echt, dann bewegt sich das nicht mehr. Aber gut, mit Siegeln müsste ich es ein bisschen vorangetrieben kriegen. Rein theoretisch. Das Fluss steht. Okay, kurz im Moment. Der Wind geht zwar vom Stand weg. Oder wenn wir treiben, dann nur sehr, sehr langsam. Oh, und immer. Frühstück. Ey. Gerade so. Verschwinde hier keine Eisenpfeile. Wunderbar. Hm, hier nochmal. Frühstück ist aber allerdings immer sehr zu empfehlen. So, wir werden einfach... Ich müsste die Segel rein theoretisch einmal alle ein bisschen drehen. Ungefähr in diese Richtung. Ah, nicht ganz. Ein Diegel zurück, so. Aufmachen. Das gleiche machen wir auch mit den Segeln. Damit wir uns zumindest ein bisschen bewegen. Wie gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen Treibstoff sparen. Hm, 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 hm. Ah, den müsste ich aber ein Diegel drehen. So. So, ja, ja. Wir bewegen uns. Wir bewegen uns. Sehr schön. In der Zwischenzeit froh, dass wir dem mal den leckeren Fisch rein, mein Freund. Will ich nochmal was googeln? Ich meine, ich sehe nichts davon, dass wir uns bewegen. Normalerweise sieht man hier so ein bisschen eine Fahrspur, aber... Da die Stadt immer kleiner wird, müssten wir uns ja bewegen, ne? Das ist aber auch nicht gesagt, dass wir jetzt um den Zwangswürfel hier in diese Richtung fahren. Na, Finanzei? Aber anscheinend bewegen wir uns, weil die Stadt wird immer kleiner. Das Floß ist mittlerweile so groß, dass wir ohne Motoren kaum noch vorankommen. So, trinken kannst du auch ein Schlückchen. Warte mal, Kandufel machen wir gleich. Außen Floß. Ja, ja, das sieht man hier ja auch an... ...dem Loot, das wir uns bewegen. Ich will nur einmal kurz schnell hier unser Frühstück auf den Grill hauen. So, dann kann der hier gleich ein Neumachen. Sehr schön. Dann kann er hier ein bisschen durch die Gegend schippern, wie er Lust und Laune hat. Was ich in erster Linie natürlich möchte. Erstens möchte ich da noch zwei, drei Motoren hinhaben, auch wenn ich sie nicht brauche. Einfach nur, damit es symmetrisch aussieht. Und ich werde hier wohl... Ich will nur überlegen, wie ich das am besten mache. Wahrscheinlich hier so innen. Ich will hier einen Raum haben für Honig. Und ich will hier einen Raum haben für die Felder, damit es da drinnen rauskommt. Das ist ja nur provisorisch. Da muss ich jetzt aber allerdings einmal googeln. Wir nehmen natürlich die vernünftigen Wände. Wie ich das am besten mache. Eins, zwei... Machen wir mal drei. Zu klein soll es nicht werden. Das passt schon. Eins, zwei, drei. Ich würde es gerne symmetrisch haben. Das muss ich mal gucken. So, du müsstest hier... Hier würde dann später so eine Zwischenwand zwischenkommen. So. Eins, zwei, drei. Hier wäre die Tür. Eins, zwei, drei. Passt mir nicht so, wie ich dachte. Die Räume sollen beide gleich groß werden. Ich habe jetzt nicht abgezählt. Okay, warte mal. Eins, zwei, drei. Vier müsste das. Der müsste den einmal raus. Man kriegt die Materialien ja wieder. Da ist jetzt nicht so ein Wilduntergang. Zwei, drei, vier. Haut das überhaupt hin. Der müsste hier nämlich auch. Eins, zwei. Drei, vier. Also eins, zwei, drei, vier. Der müsste hier raus. Na, eigentlich nicht. Aber eins, zwei, drei, vier. Hier müsste die Zwischenwand zwischen. Hier. Der müsste wieder rein. So. Eins, zwei, drei, vier. Der müsste hier nämlich die Tür hin. Dann passt das. Da. Sehr schön. Dann passt das so. Die Zwischenwand wäre denn hier natürlich auch überflüssig. Und dann haben wir es. Eins, zwei, drei, vier. Ja gut. Um einen verzählt. Hier sollen zwei Räume entstehen. Natürlich möchte ich hier auch gerne, obwohl Fenster will ich hier eigentlich nicht rein haben. Nicht, dass die Möwen da durchs Fenster reinkommen oder so. Das wäre schon gut, ehrlich gesagt. Allerdings soll das Ganze ja auch ein bisschen höher. Also damit es nicht so beengt ist wie die Kajüten. Da muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Es gibt ja diese halben Wände. Warum man da oben drauf Fußbomben bauen kann. Verschmutliche Schuhe. Aber Ah, hier hinten muss eine Tür rein. Ob das denn hinhaut? Das soll ja später verbunden werden damit. Gibt es halbe Treppen? Müsste ich mal gucken, ne? Ja. Okay, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Gibt es. Wird das hinhauen? Baue ich hier erstmal zu. So, warte mal. Den müsste hier. Da ist das Holz schon wieder weg. Einmal noch eine Tür rein. Die würde ich wenn schon gerne auf beiden Seiten haben, damit ich leichter zu den Motoren komme. So. So, den auch noch einmal. Und hier sollen dann später die ganzen Kartoffelfelder rein. Davon will ich ja noch mehrere haben, damit ich auch welche zum Essen nutzen kann. Und von allen Dingen jede Menge Bienstärken, damit ich genug Honig kriege. Das geht vor. So, eine Wand würde man nur hinkriegen. Die würde denn hier hinkommen. Zack. Das würde den besten einen durchgezogen werden, dass das nicht zwei getrennte Räume sind. So in etwa. Da sind kleine Mini-Inseln. Ich denke mal, wir ecken es sowieso irgendwann von alleine wieder an einer Insel an. Ja, das lüft schon. Sehr schön. Und ich will halt, naja, das Dach geht hier oben weiter. Soll bis hier ran und hier dann halt ein bisschen höher. Aber, das werden wir sehen. Zack, zack, zack. Den packst du auch mal drauf, mein Freund. Den kannst du da unten poppen. Kannst du gleich einen Snake nehmen. Den müssen wir jetzt hier einmal kurz... Wir müssen uns ja auch mal ums Fluss kümmern. Das geht ja nicht anders. Hast du nichts aufgefangen, mein Freund? Oder was ist alles leer hier? Was tust du denn den ganzen Tag? Hier ist ein bisschen aber... Ah, die haben in drinnen wieder alles abgefangen, ne? Hier ist ein bisschen, okay. Das ist sehr schön, gut. Dann räumen wir erstmal weg. Hier ist ein bisschen Holz. Blätter sind hier voll. Da noch nicht. Sehr schön. Plastik haben wir ein bisschen. Seil kommen wir drin. Und dann haben wir noch ein Stein. So viel ist das jetzt nicht, was die hier eingesammelt haben. Aber wenigstens etwas. Ganz oben. Ah, dank der Rucksäcke oder dieser Rucksacks packst du natürlich auch schön viel rein. So, ich räume einmal kurz weg. Also kommen wir hier zumindest rucki zucki durch jetzt. So, Holz kann alles rennen. Ja, so kommen wir auch so langsam mal, aber sicher an Materialien. Sehr schön. Gut. Blätter sind voll. Lastding noch nicht ganz. Hier passt es mich auch noch. So, Seil haben wir auch wieder drei. Wir haben auch eine Kartoffel, die kann da hinten rinnen. Ein bisschen Schrott und ein Stein. Okay. So, hier, schmolz mal Blätter rein. Rübe mein Freund, die kannst du auf den Grill hauen. Den kannst du runternehmen. Und die Kartoffel, die kommt nach hinten. Das ist unser Essen erstmal. Natürlich kommt hier noch überall Licht rein. So, die kommt hier mit rein. Und den Honig und so kümmern wir uns gleich, damit wir weiter Treibstoff machen können. Nein, du sollst doch nicht das... Oh Mann, das ist kein Wunder, dass du es immer mehr wählst. Du sollst doch das Wasser trinken. Tust du den. So, den machen wir mal kurz weiter. Wir haben ja wieder ein bisschen Holz. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich weiß, es ist gerade ein bisschen dunkel. Aber wir sind noch mitten auf dem Meer, ne? Jo. Ach, guck, was soll's. Wir können uns auch kurz schlafen legen. Den sieht man zumindest wieder, wo es... Aber genau das wollen wir doch. Sehr schön. Immer noch so dunkel. Nee, nee, nee. Unser Finanzhai, hat er auch mal wieder Hunger? Bis jetzt noch nichts zu sehen. Aber wie gesagt. Bis jetzt hat er immer das Glück, dass wir irgendwo angeeckt sind. Wir kriegen ja durch die ganzen Netze mittlerweile so schnell Material hier hin rein. Dass wir jetzt auch einigermaßen vorankommen müssten mit dem Fluss. Jo, sehr schön. So, Holz kann wieder drin. Die Blätter können gleich weg. Plastik müsste hier unten rein. Seil haben wir diesmal nicht. Aber ein bisschen Schraub. So, die eine Rübe, die kann selbstverständlich wieder auf den Grill. Die geht mit zum Notfallessen. So. Ähm, was habe ich da jetzt noch reingepackt? Ach, die passt nicht mehr. Okay, ich muss auch unbedingt mein Lager mal ordentlich kriegen. Ja gut, den essen wir sie. Schaden kann es nicht. Die ist auch voll. Den können wir auch mal leeren. Dann geht es auch wieder rein. Passt das schon? Vorher gibt es ja hier, glaube ich, nicht. Wir können ja auch den großen Lagerschrank bauen. Was brauchen wir denn dafür? Die Dornbaren. Jo. Aber den hätte ich schon gerne. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber dafür brauchen wir halt erstmal Inseln. Ich sehe hier gerade weit und breit keine Insel. So ist eh näher. Es zieht auch gerade ziemlich Nebel auf. Wir bauen hier erstmal mit dem Fluss weiter. Mhm, mhm, mhm. So. Damit wir weiter gucken. Okay, der hier vorne, äh, hier hinten fängt natürlich nur Sachen ab, wenn der voll ist. Jo, hier ist weiter und breit nix. Aber all this hype so schlimm, im Verein zu landen, ich habe mal was drin, ja. Ja gut, ja gut, ja gut, ja gut. Da ist noch ein bisschen was. Aber auch schon Ewigkeiten ist mir mal so aufgefallen, keine Rezepte mehr bekommen. Also so Dekosachen. Ich glaube, wir haben sie alle. Sonst würden wir ja mal wieder was kriegen. Mal eigentlich überhaupt was in den letzten. Ach, noch Platz. Sehr schön. Ähm, mhm, mhm, mhm. Rund und Stein, das geht ja einfach nur darum, dass wir jetzt hier wirklich mal weiter kommen. So, mein Freund, den, ähm, warte mal, nimm die mal runter. Pack die rüber oben drauf. Die kannst du auch mal kurz fundern. Wir wollen mich jetzt weiter machen. Der Wöhne hier mit, da soll ja noch einer oben rauf. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ehrlich gesagt. Aber, wir werden es sehen. Und ein Führerschlag ist auch das. Sehr schön. Das freut einen doch. Jut, jut. So, die können mich gleich mal drauf. So, meine Freund, gib die Räube her. Aber Dalli, komm. Der Magien hungert. Danke. Sehr schön. Federn hier wieder rinnen. Und die Kartoffel kommt selbstverständlich da hinten wieder hin. Jo, gut. Hier jetzt noch zurechtzufinden, ist noch so eine Sache, ne? Und ob das jetzt funktioniert, bin ich mir nicht so sicher. Ich muss einmal nach oben. Dann werden wir es sehen. Jut, jut. So, ich müsste jetzt einmal kurz. Äh, die sind da, ne? Eww. So, das soll bis hier rangehen später. Hier geht es natürlich auch weiter. So ist das nett. Aber, so. Hier rauf wollte ich jetzt so halbe Wände. Da drauf denn die Decke. Dass der Raum an sich etwas höher ist. Ob das funktioniert, weiß ich aber nicht. Ah ne, ist richtig, ist richtig. Und hier dran wollte ich in so eine halbe Treppe. Hm? So. Dass quasi die Sachen innen drin trotzdem geschützt sind, wenn da die Felder stehen. Ah, man kann nichts über die Tür bauen, ne? Da muss erst eine Tür unten rein, ne? Okay. Okay, okay. Ist nicht schlimm. Natürlich soll die nachher mittig. Also quasi hier so hin. Das heißt, ich brauche noch einmal den. Hier müsste natürlich erstmal weitergehen. Das ist denn ungefähr die Mitte. Ungefähr. Hier so, ne? Okay. Okay, jetzt haben wir nicht mehr genug Holz. Aber hier sollte dann so eine Treppe vor. Gut, 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 gut. Auf jeden Fall zieht ein Unwetter auf. So viel kann ich sagen. Das ist nicht gut. Dann sollen hier nämlich nachher später Honig und dann alles rinnen. Dann haben wir das aus unseren Kajüten raus. Geh mal her, mein Freund. Wir brauchen schließlich auch was zwischen den Kiemen. So, den Eismann-Snack. Machen wir hier nochmal eine Sammel-Urgie. Ja, Sammel-Urgie ist gut. Gut. Dachte, Juni hat wieder nichts eingesammelt. Hier ist aber doch schon die ganze Ege. Sehr schön. So, hier rinnen. Wunderbar. Die sind eh voll. Plastik. Kommt dorn. Gut, Plastik ist jetzt auch voll. Die können auch mal rinnen. Dann haben wir Schrott. Ejo. Und ein bisschen Stein. Ein, um genau zu sein. So, dann gucken wir her. Die gehen jetzt rinnen. Und Plastik geht jetzt auch rinnen. Die Rübe kommt wieder auf den Grill. Die Kartoffel kommt selbstverständlich wieder hinten rein. Gut, gut, gut. Aber ich hoffe, ich konnte das so einigermaßen. Da drum nenne wir die Decke. Ich muss auch gucken, ob hier noch die halbe rauf geht. Und etwas damit... Mir sind ehrlich gesagt diese Kajüten etwas zu beengt. Ich möchte die Decke schon gerne ein bisschen höher haben. Ziemliche Schieflage, das Fluss, ne? Jetzt will ich noch mal ganz kurz guck gehen. Wegen den Türen. Die Türen sind hier. Ob ich da denn drauf bauen kann? Ich hoffe es. Nägel, gut. Nägel sind das kleinste Problem. Nägel kriegen wir hin. Wunderbar. Hier kommt noch die Türen. Da müsste ich doch dann raufbauen können. Rein theoretisch. Hier kommen natürlich auch Türen rein. Und hier auch noch mal. Wunderbar. Da ich jetzt noch Nägel über habe und nicht nur nicht in jeder Kajüte Türen sind, brauchen wir da jetzt auch noch welche rein. Oder? Oder? Haben sie doch alle schon Türen? Ja. Ja gut, ja gut. Die Nägel brauchen wir auf andere Dinge. Den wählen wir hier einmal rauf. Wart für einen Sturm hier schon wieder. Und machen hier einmal kurz jetzt erstmal den Fußboden fertig. Zumindest mit dem bisschen Holz, was wir haben. Weil die soll schon mittig, die Leute. Ein tolles für den letzten jetzt. Klar, wir kommen auch so rauf. Aber es sieht doch schon besser aus, wenn das so eine Treppe ist, ne? Ich denke mal, das wird reichen für Honig. Und gerade eben so. Es ist ein bisschen klein vielleicht die Räume, aber das wird schon gehen. Frühstück ist aktuell nicht da. Platz haben wir. Den sammeln wir hier nochmal weg. Wir brauchen ja die Materialien. Der Rest ist wieder nichts, ne? Vielleicht da hinten. Noch ein bisschen. Ein Fass, um genau zu sein. Gut. Aber wir brauchen uns. Wir brauchen uns. Aber es geht mittlerweile relativ schnell mit den Materialien. Und das ist doch schon mal schön. Oli ist hier wieder drin, ne? Sehr schön. Holz brauchen wir sowieso. Ständig. Der ist in Voll. Plastika auch Voll. Die Säule geht rein. Ein bisschen Schrott. Stein noch. Und der Rest kommt dann wieder in den Müll. Und ich denke mal, das Lager, jetzt wo wir sie bauen können, werden wir dann gleich aus den großen Schränken machen. Da braucht es mehr drin. Wunderbar. Aber dafür brauchen wir halt jede Menge Titanen. Und für Titanen müssen wir die anderen Inseln einfahren. Aber auch das wird alles ohne Probleme funktionieren, denke ich mal. Ich habe ja gehofft, dass wir so in einer Insel drannten. Aber offensichtlich nicht. Sonst soll es immer passiert. Das ist eine Mini-Insel. Ich weiß, auf den kleinen Inseln kann man es auch finden. Aber die großen lohnt sich dadurch schon eher, ne? Aber die Segel sind, wenn ich das mal so sagen darf. Der passt ja, aber... So. Der passt schon mal gar nicht. Ah, sieht schon besser aus. Gut, wir werden schon an eine anständige Insel kommen. Alles, kein Problem. Kriegen wir alles schon hin. Den, das machen wir jetzt hier alles Stück für Stück. Hier einmal weiter. Wird auch schon wieder dunkel. So. Das noch drin. Und den, ich weiß leider nicht genau, wo die Mitte ist. Da muss ich das ungefähr abschätzen. Da ist eine Leiter. Ungefähr hier. Guck mal, hier ist eine Leiter. Hier ist eine Treppe. Warte mal. Führershock hat sich auch hingesetzt. Aber eins, das kann man auch abzählen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne? Zehn. Gibt keine Mitte. Verdammt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die beiden wären hier quasi die Mitte. Ja, gut. Es ist gerade sehr, sehr dunkel. Ist mir bewusst. Denn müsste hier quasi... Ich müsste zwei nebeneinander machen, damit es symmetrisch wird. Hier machen wir mal die hin. Ähm, 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 ähm. Ja, das geht, das geht. Sehr schön. Dann nehmen wir unser Abendbrot noch mit. Ist ja mal wieder stockdunkel hier. Na. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Siehst du schon, dann hauen wir das auf den Grill. Na, warte mal. Wir nehmen nochmal einen Snack zu uns. Und legen wir uns hier gleich schlafen. Wir sehen ja sonst nichts. Den passt dann schon. Aber was auch merkwürdig ist, ja, wie hast du jetzt geschrieben, habe ich mal drauf geachtet. Das stimmt schon. Wenn man sich schlafen legt. Hier läuft alles weiter, wie Schmieden, Essen, Kochen und so. Alles ohne Probleme. Aber das Fluss selber bewegt sich kein Stück weiter. Das ist so etwas... Ja, okay. Okay, der war leer. Haben wir gleich. Sehr schön. Den lüftert doch. Federn können wir gleich im Müll schmeißen. Gut. Den kann das Essen hier in Ruhe fertig brotzen. Den machen wir morgen natürlich weiter. Ich sage, jetzt geht es alles in erster Linie erstmal. Natürlich kommt hier noch über Licht hin. Erstmal Richtung Flows weiter ausbauen. Das haben wir jetzt in der letzten Zeit doch relativ vernachlässigt. Muss sein. Wir werden aber auch zwischendurch Inseln anfahren. Wenn ich wirklich an keiner festecken sollte, wie ich das eigentlich geplant habe. Den werden wir selber mal eine anfahren. Wir haben ja die Motoren. So ist es nicht. Damit wir Titan finden. Sonst kommen wir auch nicht weiter. Aber jetzt würde ich mich erstmal um das kümmern. Das hat hier Vorrang. Dafür brauchen wir Materialien. Und die kriegen wir größtenteils, wenn wir unterwegs sind. Aber das machen wir denn morgen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.